hallo und herzlich willkommen hier bei ektowolle es ist der letzte tag hello guys it's the last day to video for adventskalender also der letzte tag wo ich jetzt beim adventskalender dabei bin auf jeden fall nämlich tag 20 sie stay here okay we go to the winner auf jeden fall erstmal the winner so the winner is the winner is yeah the winner nice and the next winner is the the next winner is the new trommelwirbel yay this is the next winner bbam yay 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 habe ich schon yay erwähnt yay wir gehen zum nächsten gewinner the next winner next winner this is the next winner and the next winner the next winner yeah i'm i'm a little bit crazy crazy na 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 yay gewinner and the last but ach scheiße man ich habe mich schon wieder versammelt ich bin voll für den arsch so okay nochmal and last but not least the last winner also der letzte gewinner wird es sein trommelwirbel boom der rote stern geil herzlichen glückwunsch finde ich cool da freut er sich bestimmt ja mann nice 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 okay to the win was gibt es zu gewinnen hier 5 x 1 5 x 1 5 x 1 siegel workshop keine ahnung was auf jeden fall for seven days can you win so your taste beziehungsweise heute mal eure aufgabe then my mother has today birthday meine mutter hat heute geburtstag und deswegen ist eure aufgabe also ihr habt diesmal keine question not a question you have a taste so your taste ach ihr habt einfach eine aufgabe kann man es mir richtig rüberkriegt ich probiere es auf jeden fall mal deutsch und danach mein englisch mal gucken wir es irgendwie hinkriegen sag einem menschen den du magst dass du ihn magst ich finde zum beispiel gerade auch ich finde das wichtig dass man manchmal wirklich einen menschen sagt dass man ihn einfach mag wenn man ihn mag so das ist es kommt irgendwie in der gesellschaft komplett zu kurz okay in englisch in englisch in englisch in englisch sorry mein englisch ist bad very bad and i'm crazy crazy okay gut ja tell you someone you like that you like them also geh zu jemand go to go to people that you like and tell you you like them ich hoffe ich habe es gut irgendwie rüber bekommen kann auch sein es komplett falsch ist aber scheiße drauf so ungefähr when you don't understand you when you don't understand me it's okay shit happens okay that's my last video also das ist mein letztes video vom dem adventskalender it was very happy das hat mir sehr viel spaß auf jeden fall gemacht war lustig and thank you for watching have a nice day danke dass ihr zugeholt habt und hat einen schönen tag und bis zum nächsten mal sagt ihr auch schon direkt die wolle see you later alligator und jetzt er re singing you drive me crazy na 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 miau mää